Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt's was ganz, ganz Besonderes für euch und zwar ein Stream bzw. YouTube-Video mit einem EA-Mitarbeiter. Er beantwortet alle wichtigen Fragen zu EAFC in diesem Video und wenn danach noch Fragen offen sind, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Grüß euch. Hallo. Hallo, moin. Ja. Sehr schön, ich höre dich klar und deutlich. Natürlich. Refi, stell dich mal kurz vor, damit alle wissen, wer du bist und warum du der perfekte Mann bist, um die Fragen zu beantworten, die jetzt gleich kommen werden. Hallo. Ich bin Refi oder mein Name ist Justin. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren bei EA, hab hier als Telefonsupport angefangen für alle Spiele für Deutschland, arbeite jetzt seit drei Jahren dann aber im Community, nur dreieinhalb, dreieinhalb Jahre jetzt im Community Team und mittlerweile bin ich halt zuständig für FIFA und jetzt EAFC seit einem Jahr vollständig und arbeite halt mit weltweit allen Departments sozusagen, die was mit FIFA am Hut haben. Jetzt nicht mit jedem einzelnen Department, aber so mit denen, die Content machen, mit denen, die Wachs beheben und sowas. Das ist so mein tägliches Business und ja, mach das jetzt seit vier Jahren sehr gerne und hoffe, dass ich euch ein paar Fragen beantworten kann, wenn sie nicht zu detailliert sind oder irgendwie mein Aufgabengebiet weitaus überschreiten. Refi, wie soll sie denn starten? Ich hab kein Starter-Team, Jungs. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Refi, nein, nein, Refi hat kein Starter-Team. Er hat das Spiel schon. Das müsst ihr wissen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, Spaß. Vielleicht fürs YouTube-Video. Die Creator, und weil ich auch diese Frage hab, die Creator haben ja den Zugriff ab Dienstag schon, da bin ich auch dann dabei. Gibt's denn schon eine Uhrzeit? Weißt du das? Ich hab keine Ahnung. Ich bin absolut nicht in dem Geschäft mit drin, was mit den Creatoren und wann und wie und so. Und darfst du sagen, ab wann du das Spiel bekommst? Kein Kommentar. Aber gegen Dienstag schätze ich mal auch, oder? Nee. Du hast es schon, oder? Kein Kommentar. Okay, feuerfrei. Jeder stellt eure Fragen, die ihr fragen wollt. Haut alles rein. Alles, was Refi beantworten kann oder darf, wird er beantworten. Es wird aber auch Fragen geben, die er nicht beantworten wird. Ich picke mir gerne am Anfang wieder welche raus. Pick dir gerne raus. So, wir haben schon die erste. Wird man wegen dem SBC-Bug und so perma gebannt? Und wenn ja, auch in EAFC. Achso, es geht um das Glitch, also diese komische. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Urlaub, also weiß ich gar nicht was. Also, ich hab's natürlich danach mitbekommen. Ich hab aber jetzt nicht wirklich irgendwie bisher einen legiten Case gesehen, wo jemand gebannt wurde deswegen. Es gab ja mal, ich glaube, ein Tweet von Foot Accountant oder wie er heißt. Das soll aber wohl ein Fake gewesen sein. Ey, solange du nicht gebannt wirst, frag einfach nicht nach. Und dann wird auch nichts so weit erstmal passieren. Ja, aber mein Rat für sowas ist, wenn es sowas gibt und Content-Creator sowas auf Twitter sagen, oh hier, ihr könnt jetzt unendlich Coins und unendlich Packs aufmachen, schlechte Idee, das zu machen. Weil am Ende des Tages kann es dennoch dazu führen, dass ihr ein Band kriegt, weil es ist ein offensichtliches Ausnutzen von einem Bug. Wie auch damals, ich glaube, es gab ja mal, was ist ein FIFA 22, wo man die eine Weekend League Lost Glitch machen konnte, also wo man in dem Sinne wieder ins Menü gegangen ist und dann konnte man die Niederlage abwenden. Wenn man das einmal gemacht hat oder zweimal, so in dem Sinne, okay, du hast halt geguckt oder du bist ein verwirrter Spieler, okay. Aber wenn wir sehen, dass du es zehnmal, 15, 20 mal machst, so dann kann man da nicht mehr von einem Unfall reden, sondern halt von einem systematischen oder von einer Absicht. So, deswegen, wenn du nicht gebannt wirst, alles gut. Nächste Frage, ich habe FC auf meiner PS5 vorbestellt, die ich jetzt einschicken musste, kann ich das Spiel auch auf meiner PS4 downloaden? Wenn du dir einen digitalen Code gekauft hast, kannst du es auch auf deiner PS4 runterladen. Das ist egal. Wie genau sehen die neuen WL-Rewards aus? Zum Beispiel Elf-Siege, weil es ja vorerst keine Replics gibt, kann dir nicht genau sagen, wie die jetzt im Einzelnen aussehen werden. Aber es wird in dem Sinne dann angepasst nach so ein bisschen, dass die Rewards halt ein bisschen cooler oder was heißt cooler sind, also man muss es halt definieren. Red Picks an sich waren ja eigentlich nur interessant, wenn auch im Team of the Week eine coole Karte drin war. Und selbst dann war die Chance, dass du einen bekommen hast, sehr, 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 sehr gering. Also ich weiß es noch nicht, aber meine Vermutung wird sein, dass es eher dann in so Packs gehen wird, wo du dann, keine Ahnung, 4x 85 plus kriegst. Also dass es halt kein Red Pick mehr ist, aber du kriegst halt garantiert wieder ein Pack, das ein gewisses Rating hat. Und dann kannst du aber auch die Chance in dem Sinne zum Beispiel Promospiele aus diesen Packs zu kriegen. Das sind keine direkten Promo-Packs, aber es sind trotzdem Packs, die halt die Chance darauf haben. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht final sagen, weil ich nicht weiß, wie es dann, sobald das Spiel rauskommt, die Rewards aussehen werden. Aber meine Vermutung wird sein, dass es am Anfang jetzt von FC erstmal wirklich nur Packs werden, die ein gewisses Rating versprechen. Und dann halt, wie gesagt, 85 plus mal 5 oder sowas für Rang 1 und dann kriegst du noch ein 86 plus mal 3 oder was auch immer so. Aber sie haben ja auch geschrieben, dass im Laufe des Jahres die Rewards dann auch angepasst werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch mal irgendwann dann, keine Ahnung, einen Pick vielleicht 1 aus 3 Shapeshifter geben wird. Oder sowas könnte ich mir vorstellen. Aber versprechen kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, wie sie es designen werden. Okay. Ich habe erinnert, wenn die Packs tradable sind, die Packs sollten alle tradable sein. Oh, okay. Weil es waren ja jetzt schon auch Packs, die untrade sind, ne? Letztes Jahr. In den Rewards? Ja, klar. 5 mal 84 plus Pack war immer untradeable. Untrade? Ja, und die Packs, die 84 plus Packs zum Beispiel, die waren ja auch alle, die sind natürlich auch alt. Ja gut, die Packs werden wahrscheinlich, also wenn es sowas nochmal gibt, dann werden die auch untradeable bleiben. Okay, okay, okay. Gibt es mehrere Special-Karten in den Packs, zum Beispiel Haaland Team of the Week und Haaland UCL und werden Goldkarten immer zu ziehen sein? Also so wie ich das verstanden habe, nimmt mich nicht 100% beim Wort. Aber so wie ich es verstanden habe, wenn eine Promokarte von einer Goldkarte drin ist, wird die Goldkarte aus den Packs gehen. Aber ich glaube, es wird möglich sein, dass es mehrere Special-Versionen von einem Spieler gleichzeitig in einem Pack gibt, damit sie halt auch zum Beispiel in dem Team of the Week gefeatured werden können. Das bedeutet, es könnte theoretisch passieren, dass ein Haaland ein Team of the Week kriegt, aber gleichzeitig auch in einer Promo noch verfügbar ist. Und man hat in dem Sinne in einem Pack die Chance, beide Versionen zu ziehen. Die Gold-Version sollte aus dem Pack sein, aber halt eine von den beiden. So, wie funktionieren Evolution-Spieler? Ja, wie beschreibe ich das am besten? Also es gibt in Ultimate Team jetzt einen Tab, wo es ganz viele Evolutions, oder es gibt Evolutions. Und du kannst dann dir einen Spieler aus deinem Verein aussuchen. Der kann eine Trade- oder eine Untrade-Version sein. Und kannst ihn dann in die Evolution reinpacken. Und der muss dann halt Aufgaben wie Objectives machen. Gewinne zwei Squad-Build-Partien auf x-Schwierigkeit. Und du musst deinen Spieler in der Startelf haben. Aber es kann natürlich auch komplizierter werden wie, hey, du musst mit dem zwei Flankentore machen. Je nachdem, wie aufwendig die Aufgaben und wie groß das Upgrade nachher natürlich für den Spieler ist. So, du kannst aber auch schon, du musst noch nicht direkt für eine Karte entscheiden oder einen Spieler. Du kannst, im Spiel gibt es einen Preview-Button. Das heißt, du kannst auf die Evolution draufgehen. Dann zeigt dir das Spiel an, alle Spieler, die für diese verfügbar sind, also für diese Evolution verfügbar ist, aus deinem Verein. Du kannst den dann auswählen. Und dann kannst du dir die erstmal angucken, wie die am Ende wirklich aussehen wird. Und dann musst du sie erst bestätigen. Weil dann ist sie in dem Sinne eingeloggt. Und dann kannst du sie erst upgraden. So, das bedeutet, wir wollen sicher gehen, dass die Leute nicht aus Versehen X drücken. Und dann ist das Ding eingeloggt, obwohl man das noch nicht ganz wollte. Aber man möchte sich ja auch mal angucken, wie OP oder was heißt OP, wie groß sind die Upgrades, die auf die Karte kommen. So, in dem Sinne funktioniert es und es wird natürlich auch bezahlbare Evolutions geben. Das bedeutet, es gibt halt normale Evolutions oder es gibt halt Evolutions, wo du Coins oder Points verwenden kannst, um dir Upgrades für den Spieler zu holen. Das finde ich krass. Die Info kam mir jetzt auch relativ neu, glaube ich. Heißt es dann sozusagen, du hast einen Spieler, den kannst du entwickeln. Entweder du spielst, um ihn zu entwickeln oder du kaufst, um ihn zu entwickeln. Nein, 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 nein. Ach so. Es gibt gewisse Evolution Upgrade Paths, die du freischalten musst mit Coins oder Points. Das heißt, du bezahlst die Coins oder die Points und dann hast du das aktiviert und dann musst du erst den Spieler upgraden. Ach so, okay, er kriegt nicht direkt sein Upgrade. Genau, das ist nicht so ein Pay to Upgrade, sondern du kaufst und dann musst du es natürlich noch selber machen. Und das ist nur bei bestimmten Spielern oder wie? Das ist nur für bestimmte Upgrades so. Also, keine Ahnung, das ist dann, wie gesagt, ein Upgrade, das du dir dann freischalten kannst mit Coins oder Points. Also, du bezahlst nicht erst und dann kannst du dir den Spieler aussuchen, sondern du kannst erst gucken, okay, habe ich einen Spieler, der wirklich die Upgrades braucht? Habe ich einen Spieler, der für mich da interessant ist? Und dann kannst du dich erst dafür entscheiden, das zu machen. Oder du sagst halt, nö, ich lasse es und das ist es mir nicht wert und dann mache ich halt. Es gibt aber halt auch genügend kostenlose. Also, auf einen bezahlbaren kommen vier, fünf kostenlose Evolutions oder so. Aber wir haben auch noch keine Erfahrungswerte, deswegen kann ich halt auch nur relativ viel spekulieren, weil wir haben es ja noch nie gesehen. Sind Hybrid-Nationen und Hybrid-Ligen tauschbar oder untauschbar? Dazu kann ich noch nichts sagen. Wenn man einen Bann generell bekommt, ist man dann für den nächsten Teil auch gebannt. Es kommt darauf an, was für ein Bann das ist. Frage meinerseits, die 10% Rabatt bei Points mit EA Play bekommt man auch noch in EA FC, oder? Weil ich nicht umsonst EA Play... Nee, nee, die 10% kriegst du immer noch. Wann kommen die Pre-Season-Packs? Es gibt einen Artikel dazu. Ich glaube, die kommen irgendwann im November. Nee, 12. Oktober sollen die kommen. Spätestens, oder? Ja, bei, aber ich glaube, bei ist... Also, ja, spätestens, aber es könnte sein, dass es einen Tag vorher oder so dann losgeht oder zwei. Aber es ist jetzt nicht bei Launch. Gibt es immer noch einen Punkt fürs Verlieren in der WL? Ja, da ändert sich nichts dran. Kommt wieder eine 10-Stunden-Version wie letztes Jahr, wovon niemand was wusste? Also, die gibt es jedes Jahr. Die gibt es auch dieses Jahr wieder. Wenn du EA Play hast, kannst du 10 Stunden testen. Und alles, was du in der Zeit machst, wenn du auf der gleichen Plattform bleibst, wird auch gespeichert. Und es wird dann weiterhin bei der Weekend League das Punktesystem sein? Richtig. Vier Punkte und ein Punkt, okay. Du hast vor zwei, drei Wochen, weil die Frage einfach auch interessant ist für das Video, vor zwei, drei Wochen hast du gesagt, du weißt dazu noch nichts final, beziehungsweise kannst es auch noch nicht final sagen, aber ich sollte mir jetzt nicht allzu große Hoffnungen machen, dass an dem Weekend League System sich was ändert. Richtig. Ja, bei der Aussage bleibe ich auch. Okay, das heißt, wir gehen davon aus, die Weekend League wird wahrscheinlich... Genau so verlaufen, wie sie letztes Jahr auch verlaufen ist. Okay. Und Ränge bleiben in dem Sinne dann auch? Oder gibt es da vielleicht auch Spielraum, dass sich da was tut? Ich glaube, die Anzahl der Ränge bleibt. Aber wie auch in dem Pitch Notes-Artikel erwähnt, gibt es ja dann so für Platz zwei und so ein bisschen bessere Rewards, die ein bisschen interessanter sind. Für was? Platz? Platz. Also ab Rang 2, glaube ich, haben sie gesagt. Ach so. Ah, ja, ja, ja. Und man... Ja, ist aber auch schwierig mit so einer Top 100 und sowas, aber das wird es wahrscheinlich dann auch nicht geben. Das wirst du sehen, wenn das Spiel draußen... Hä? Was soll das denn heißen? Wie sagt man, ich kann dir jetzt Ja oder Nein sagen, also deswegen sage ich... Also ich kann dir nichts sagen. Es klang mir aber... Es klang mir ja nach, Fabio. Das wirst du dann sehen, dass ich... Das ist vielleicht... Besteht die Möglichkeit, dass sowas vielleicht hinzugefügt wird? Oder hat man darüber nachgedacht, vielleicht sowas wieder... Keine Art. Ich bin nicht in den Gedankenprozess von dem Team, dass das entscheidet, involviert. Und was werde ich dann sehen? Ja, ob es da ist oder nicht. Klingt nach einer Top 200. Ich glaube, wir machen uns gerade unnötige Hoffnungen. Ich würde mir wünschen, dass sowas wieder reinkommt wie den Top 200, aber... Das ist ja so geil! Wow! Du hast mich gerade richtig... Darf ich das so sagen? Du hast mich gerade richtig geil gemacht. Weil ich gerade... Das will ich... Also ich will nix... Nix... Ich sag nix. Wie komme ich dann aber an die TU-TV-Spieler ohne für Packs? Kann man Pro Clubs nun auch definitiv im Crossplay spielbar sein? Ja, Pro Clubs ist im Crossplay spielbar. Wie läuft die Nike-Promo ab? Also ich weiß es nicht 100%, aber so wie es auch aus dem Pitch Notes-Artikel herausging, gibt es halt ein paar Karten, die ein extra Design haben. Man muss ein paar Objectives halt machen, um diese Karten zu kriegen. Und dann... Oder... Also entweder um die Karten zu kriegen, oder man muss mit den Karten Objectives machen, um noch ein paar andere Sachen zu kriegen. Aber die haben keine Upgrades. Also das sind die gleichen Stats, die sie auch auf ihrer Goldkarte haben. Was ist dann... Also was ist der Reiz dieser Karte dann? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber sie wollten... Ich denke mal, sie wollten halt einfach keine... Also es ist ja schon in dem Sinne krass genug, dass sie eine Promo reinhauen für den Ultimate Edition Pre-Order. Ich denke mal schon, dass sie sich bewusst waren, dass sie keine geupgradeten Karten während der Zeit bringen können. Ja. Was halt sehr viele Leute exkludieren würde. Dementsprechend ist es wahrscheinlich eher eine Promo, wo du dann noch ein paar Vanity-Items kriegst. Vielleicht kriegst du noch ein paar Packs, die du dir erspielen kannst und sowas. Damit halt dieses Nike-Branding mit ins Spiel reinkommt. Aber ich denke nicht, dass es so ein Pre-Order-to-Win ist. So in dem Sinne. Also wir skippen jetzt, also so wie es sich angehört hat, skippen wir ja Once to Watch und dann kommt direkt Road to the Knockout Stage. Was ich auch gar nicht so verkehrt finde. Weil Road to the Knockout Stage kam ja letztes Jahr auch schon irgendwie zwei Spiele in die Gruppenphase oder so. Da hast du ja schon zwei Spiele theoretisch verpasst gehabt, mit einer Chance auf ein Upgrade. Dementsprechend finde ich das eigentlich ganz gut, dass sie es jetzt dann direkt bringen. Aber gibt es einen bestimmten Grund, warum man Once to Watch nicht benutzt? Weil ich fand eigentlich das schon immer ganz cool. Ich denke mal, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, dass es Prozesse gibt, damit bestätigt wird, dass wir gewisse Spieler in diese Promo reinpacken können. Das muss ja auch dann mit den Vereinen abgeklärt werden. Wenn Spieler jetzt, wir hatten ja sehr viele Wechseln zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein gutes Verhältnis zu den Clubs ist, dass sie uns bestätigen, hey, ja, wir können die in die Promo packen und sowas. Oder ansonsten hast du gefühlt eine Chelsea-Promo, weil die 50.000 Spieler gekauft haben. Ja, ja. So in dem Sinne. So dementsprechend denke ich mal, dass das vielleicht ein Faktor ist. Aber es ist nur Vermutung meinerseits, weil ich habe auch keine Einsicht in den Prozess dahinter. Bei 0-0 wird gequittet. Bekommt man den Sieg oder bekommt man den nicht? Ich kann es vorwegnehmen. Nein, man bekommt den Sieg nicht. Und du kannst mir die Gründe dafür auch nochmal sagen, damit alle das dann auch verstehen. Ja, was heißt Gründe? So wie ich es mitbekomme oder wie es auch in dem Sinne eine logische Erklärung dafür gibt, ist einfach, ja, es ist ein sehr ärgerlicher Prozess, dass Leute quitten und dann einen Sieg nicht kriegen. Einerseits führt man aber nicht. Das bedeutet, es steht 0-0, 1-1. Aber wir kennen alle die Situation. Keine Ahnung, es steht 1-1. 19. Minute in der Weekend League. Man kriegt einen Elfmeter oder so und der Gegner quittet dann halt. Es ist scheiße, ich verstehe das und ich habe auch schon meine Rage-Momente, also bin sauer danach Momente gehabt, aber es ist einfach so, dass wenn wir einführen würden, dass es einen Sieg nach einem unentschieden Quitt gibt, dann wäre das sehr stark abusbar. Jetzt nicht von dem Autonormalverbraucher, wie du und ich es sind, aber es gibt definitiv dann kriminelle Energien dahinter, wo es dann, keine Ahnung, bestimmt Bot-Farmen irgendwo gibt, die dann nichts anderes tun, als bei Unentschieden zu quitten und Coins auf den Konten zu generieren, Rewards zu generieren, um diese Konten dann später irgendwie auf Seiten zu verkaufen und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich eher ein Befürworter dafür, um zu gucken, dass es vielleicht irgendwann ein System gibt, sowas wie in, keine Ahnung, Counter-Strike, Dota, League of Legends, dass wenn man ein Spiel quittet, dass man eventuell eine Spielsperre kriegt, dass man zum Beispiel sagt, ey, keine Ahnung, du bist jetzt zweimal hintereinander in der letzten Stunde ein Game gequittet bei Unentschieden, du hast jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause oder sowas. Aber die Verträge gibt es weiterhin wahrscheinlich, oder? Ja, ja, Verträge gibt es. Aber Position Modifier weg ist schon eine coole Sache. Sind fürs Level nur Goldspiele oder auch Silberkarten möglich? Alles. Also wenn die Voraussetzungen für Evolution sind, ey, der Spieler darf maximal unter 65 OVR haben, dann kannst du nur eine Bronze-Karte upgraden. Kann ich Tag 1 auf einen MWP mehr als ein Gold-Playstyle packen? Du kannst gar keine Playstyles auf Spieler packen, die sind vordefiniert. Also die Playstyles sind, die Playstyles sind schon auf den Spielern drauf und eventuell gibt es dann Optionen durch Evolutions, dass du neue Playstyles noch auf den Spieler kriegst. Aber ansonsten kannst du dir selber keinen eigenen Playstyles geben. Die Playstyles, musst du in dem Sinne sehen, sind der Ersatz für Trades, die es sonst immer gab. Diese sind ja auch schon immer vordefiniert gewesen. Keine Ahnung, Trent Alexander Arnold hatte einen Power-Free-Kick oder so. Ja, ja. Und sowas. Und das ist jetzt halt auch vordefiniert auf den Karten. Ich kann mir vorstellen, dass durch neue Promos dann Playstyles bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht noch hinzugefügt werden. Richtig. Ich denke auch, dass gewisse Promos gar nicht so krasse Upgrades in OVR kriegen werden, aber dann halt Playstyles geändert werden oder so, die halt schon ziemlich krass sind. Ja, ja. Transfermarkt. War doch eigentlich anfangs irgendwie das Thema, dass der zusammengemacht wird? Alles, also PT und PS5? Nö, also nicht von unserer Seite. Das wurde von gewissen Leakern geshared, aber nein, da steht schon eigentlich seit Anfang an fest, dass es der getrennt bleibt. Bei sowas lagen sie jetzt zum Beispiel komplett falsch, weil es war wirklich die ganze Zeit davon die Rede, Transfermarkt wird unterschiedlich betrachtet, gemeinsam dann betrachtet und zusammengeführt und du bestätigst gerade, dass von EA-Seite schon von Anfang an klar war, dass der Transfermarkt weiter eingeführt wird. Ja, also von Anfang an ist vielleicht weiter. Ja, oder schon länger. Ich habe Wochen, ich kann das so viel sagen, ich habe Wochen darum gebettelt, dass wir es endlich öffentlich machen können, weil wir bombardiert wurden mit Fragen im Forum und sowas, weil ja dann die Leaks von Sheriff und so kamen. Und ich habe gebettelt, dass wir es endlich reinbringen, also mindestens acht Wochen schon. Und jetzt haben sie es mit dem Pitch-Notes-Artikel, haben sie es dann rausgebracht. Stimmt das, je mehr Packs man zieht, desto bessere Spieler zieht man. Ach, dieses Dynamic-Pack-Ding bin ich, also habe ich keine Info drüber, habe ich noch nicht gesehen. Witzes Jahr konnte man mit EA Play zwölf Stunden früher spielen. Ja, also manchmal, also das machen Entwickler, ich weiß gar nicht, ob das bei uns auch so ist, aber manche Entwickler machen das so. Es gibt sowas, ich glaube bei uns im Jargon nennt man das, ja gut, jetzt will ich mit dem Jargon-Wort kommen und mir fällt es gerade nicht ein. Nennen wir es in dem Sinne so ein Secret-Launch. Das bedeutet, wir schalten schon Server an für Downloads, damit nicht alle auf einmal downloaden, sondern irgendwelche, die gerade random checken, laden das Spiel halt schon mal runter, damit sich das so ein bisschen verteilt. Damit die Server nicht komplett, also auch die Sony-Server oder Xbox-Server und sowas den Geist aufgeben mit den Downloads und so. Dementsprechend, mein Tipp ist immer, schaut schon ein paar Stunden vor offiziell Reset mal so in den Store, ob man es schon runterladen kann. Manchmal bei Entwicklern gibt es halt so Dark-Launches, die euch das Spiel schon ein bisschen früher geben. Dass wir kurz auf das Thema Server nochmal eingehen, das kam jetzt auch häufiger, auch da kenne ich schon die Antwort, warum es so schwierig auch ist, Server zu verbessern etc. Da hattest du letztes Mal eine ganz interessante Sache dazu gesagt. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal... Du musst mich erinnern, was ich dazu gesagt habe. Boah, das war... Ach, keine Ahnung. Also ich habe nur... Ich glaube, dass ich sowas in der Art gesagt habe, es bringt nichts, einfach nur einen Server hinzuzufügen und dann so sagen, ja, jetzt ist alles besser, sondern das sind halt super viele Faktoren, die da einher spielen. Also es liegt... Also wir wollen das natürlich jetzt auch nicht auf den Endverbraucher schieben, aber es gibt auch natürlich... Die Internetleitung ist individuell, die Region, wo man lebt, ist individuell. Es gibt zum Teil auch deutsche Internetprovider, die irgendwie ihre Leitungen dann über Dänemark, Rumänien und dann erst irgendwie in den Server schicken. Ja, Event-Server sind definitiv ein großes Thema auch bei uns. Ich kriege davon aber nicht viel mit, weil das absolut nicht mein Aufgabengebiet ist, aber es ist auch sehr viel am Einverbrauchen. Wir kennen zum Beispiel auch... Vor allem wir Deutsche kennen unser deutsches Internet. Und wenn man dann auf Twitter ja auch die Content-Creator oft sieht, so wie ein Broski oder so, oder wenn man dann jedes Mal sieht, irgendjemand zieht um, ja, hat jemand Erfahrung mit Vodafone und FIFA oder sowas, und man sieht die Kommentare, dann weiß man auch, dass halt auch die Internet... Ich will jetzt auch nicht die Schuld auf die Internetanbieter schieben. Es ist ein zweierlei Maß und es ist immer schwierig, weil es immer ein individuelles Problem ist. Es ist nie ein... Dieser Fix funktioniert für den anderen auch, weil der eine wohnt in Berlin und der andere wohnt in München und die haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was das angeht. Wann ist die erste WL? Ich meine die WL... Also, ich weiß nicht, aber aus Erfahrungswerten ist es, glaube ich, immer eine Woche nach Official Release. Ja, ich habe geschaut. Ich habe geschaut. 29. ist das Official Release. Und dann würde... Also 6. könnte die erste WL... Genau, dann würde es perfekt passen, wenn am 6. Oktober dann die erste Weekend League... Also, da bin ich mir sehr sicher, weil es ist dann auch... Ja. Das wäre dann auch die erste Weekend League des Monats, sozusagen. Da bin ich mir sehr sicher, dass am 6. Oktober die erste Weekend League dann auch stattfinden wird. Bekommt man Tagesbelungen, wenn man in die Web-App reingeht? Nicht meines Wissens nach. Kann man von FIFA Points von FIFA 23 in den FC übertragen? Ja. Kannst du? Gibt es wieder Top 100, Top 200? Also, in Squad Battles gibt es die auf jeden Fall noch. Und in Rivals sollte die, glaube ich, auch... Sollte es die auf jeden Fall auch geben? Aber wie gesagt, das seht ihr alles, wenn das Spiel draußen ist. Vielen, vielen Dank, Refi, für deine Zeit. Gerne, gerne. Alles andere als selbstverständlich. Freunde, lasst auch Liebe in den Kommentaren da für Refi nochmal. Und, ähm, ja. Die letzten Worte gehören dir. Vielleicht irgendwie nochmal eine Message an die Leute, die sich das Spiel holen oder vielleicht holen. Ja, Stage is yours. Ich danke erstmal, dass ich hier sein durfte. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, so viele Fragen zu bekommen. Und wie gesagt, ich finde das immer cool, ein bisschen Rede und Antwort zu stellen für die Leute, die Fragen zum Spiel haben. Auch wenn ich nicht jedem in dem Sinne die Antwort geben kann, die er gerne hören möchte. Aber ja, ich freue mich riesig drauf, dass alle diese Woche dann oder eventuell dann auch nächste Woche in den FC rein starten. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Wenn es euch nicht gefällt, seid konstruktiv, hatet nicht, seid, aber könnt gerne negative Kritik äußern, aber in einem Rahmen, in dem auch man damit arbeiten kann. Geht ins Forum, schreibt da euer Feedback rein. Da sind permanent Leute, die euer Feedback lesen. Ich kann euch auch, wenn sie Leute nicht direkt auf euch antworten, sie lesen es trotzdem. Wenn ihr nett seid, dementsprechend, macht das gerne. und wenn ihr Bugs seht, reportet sie auch im Forum. Das ist sehr wichtig. Und ja, ich fand es eine coole Zeit. Soweit kann ich sagen, dass nächste Woche, meine letzte Woche, ein Community-Team sein wird. Und ich werde dann unter der Woche auch ankündigen, wohin es für mich geht. Ich werde aber bei EA bleiben. Dementsprechend bleibe ich der Firma erhalten. Ja, Freunde, wir bleiben gespannt. Vielleicht rückt ja EA eine noch höhere Position und hat dann noch mehr Einfluss darauf, dass dann vielleicht die WikiLeaks-Spiele irgendwann mal wieder auf 30 aufgestockt werden. Aber nee, wir werden es spannend beobachten. Und ja, danke für die abschließenden Worte. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lass gerne Liebe da. Vor allem auch für Refi, bei Refi, wie auch immer. Macht's gut. Haut rein. Ciao.